einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch ja zu einem neuen video ich weiß nicht ob ich hardware und unboxing alle den eben mache je nachdem ob sich das lohnt weil ich habe von x sense eine anfrage gekriegt ob ich nochmal ein feuer melder also ein rauchmelder testen möchte oder euch zeigen möchte besser gesagt und da habe ich gesagt ich bräuchte einen weil viele suchen einen der erschwinglich ist vom preis und beim dampfen nicht angeht haben sie fragt was dampfen was ich mit dampfen meine habe ich geschrieben e zigarette also ich habe mir translator geschrieben und da habe ich jetzt diesen hier bekommen und den werden wir gleich testen dafür werde ich euch jetzt erstmal in die unboxing ansicht rüber schmeißen damit ihr das besser sehen könnt so und da sind wir schon in der unboxing ansicht x sense x h02-w wireless weiter nichts großartig drauf ich habe die noch nicht ausgepackt gar nichts wie gesagt immer mit euch das erste mal wartet mal kurz ich habe den fokus jetzt mal auf mitte gesetzt damit das alles hin und her gesprungen in der hoffnung dass es nicht so schlimm aussieht und jetzt vielleicht ein bisschen besser machen wir einmal zwei schrauben und zwei dübel dann die support karte mit der webseite e mail adresse telefonnummer und hier haben wir dann user manual deutsch und englisch dort war meine laptop tasche so jetzt haben wir hier deutsch schrift ist auch große noch dass ich sie mit brille so gut als sehen kann also ist nicht zu klein test stummschalt taste summer led status ein aus taste auf der rückseite paarungs taste entt c hier kann man auch hier wieder mehrere miteinander paaren also wie beim alten eigentlich kein problem ich habe jetzt hier noch nichts zur app gelesen weil die habe ich jetzt natürlich momentan nicht mehr drauf erscheint man kann so ohne apps einfach so weil da haben auch einige gesagt ich brauche keine app ich will einfach nur das ding anders und läuft und fertig ist und erscheint jetzt hier so wohl zu sein ich kontrolliere das aber sicherheitshalber noch mal da kommen wir direkt zur webseite ich gucke aber auch nochmal google play sicherheitshalber so hier haben wir die app die lade jetzt einfach mal runter obwohl es jetzt hier nirgendwo steht also wir haben hier nirgendwo jetzt expliziten hinweis zur app oder ich habe es nur nicht mitgekriegt weil auf dem karton steht ja auch nichts großartig drauf normal ist es dann hätte mal so ein app symbol oder was ich und und dann der qr code und jetzt weiß ich mir passwort gar nicht mehr so ich habe mich mal angemeldet aber er hat mein konto nicht mehr gefunden also ich bin nicht mehr angemeldet warum auch immer so mussten wir jetzt ein komplett neues konto machen aber ist ja ohne so schlimm so aber dann machen wir erstmal weiter also batterien habe ich bis jetzt hier nicht gesehen muss ich denn selber welche rein machen oder sind jetzt hier schon welche drin das ist die platte zum montieren an der decke ist wie bei meinen rauchmelder ich darf wird deswegen darf ich den ja auch nicht anbauen weil ich habe schon einen dran bla bla mein vermieter hat dann nämlich für vertrag mit einer anderen firma und dann hängt es nämlich so dran und kann man nicht so lose machen und dann hängt er nur diese platte hat an der decke es sind batterien drinnen und die ranzukommen müsste man denn praktisch das ganze ding hier die drei schrauben lose machen aufmachen und batterien tauschen wir haben von hier keine möglichkeit an die batterien ranzukommen aber da brauche ich jetzt erst mal noch mal meine brille ja quatsch meine mein handy ach nee da unten drunter steht es auf dem aufkleber runter ist auf oben ist on so jetzt ist on oh gott ist das laut jetzt sollten wir wenn wir jetzt hier rauchmelder die fehlern rauchmelder würde ich jetzt sagen warte das muss ich mein heimnetzwerk erstmal wohnzimmer name des heimnetzwerks odin so haben wir gemacht der ist ja an dass die politiken polarität der batterien korrekt ist nicht habe ich gerade gehört dann halten sie fünf sekunden lang gedrückt zulassen bis jetzt bringt hier auch nichts ich hätte jetzt eher gedacht dass wenn ich hier doch hier hat gerade geblinkt dann braucht der vielleicht gar keinen so gucken wir mal hier schnell paarungs taste so 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 okay also der ist nicht für die apple gedacht so wie jetzt hier steht oder hier aussieht ist kein verweis auf irgendeine app also nur dass man zwei untereinander paaren kann man kann zwei untereinander paaren aber hier steht jetzt nichts von app ist ja schon mal positiv so dann werden wir das jetzt mal testen so 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 meine kleine dampfe so 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 ich habe jetzt so direkt rein gettet er ist auch noch an also nach unten ist ja an so so ich mache euch mal ein bisschen mehr zu mir damit ihr seht dass ich den jetzt direkt anpuste so 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 aus um ihn gleich nochmal anzuschalten nicht dass das weil ich ja vorher den Testknopf und so gedrückt habe dass das Ergebnis verfälscht so jetzt aus jetzt ist er an so 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 Und auch noch mal in die Tüte. Ihr seht, da ist wirklich Dampf dran. Der ist jetzt hier mit Dampf alleine. Hier unten kommt ein bisschen Dampf raus. Hier ist ein kleines Löchlein, seht ihr ja. Also wie es aussieht, haben wir endlich einen Rauchmäler gefunden, der bei Dampf nicht angeht. Das ist hier Knorkel. Um sie zu testen... Ich werde mal die Platte ab... nein, ich brauche ja die Platte nicht. Ich kann ja ruhig wieder ran. Ich kann ja hier durch drücken ausmachen. Ich werde mir den heute neben den Monitor stellen. Da wo halt der meiste Dampf ist, weil ich ja da dampfe. Und dann mal gucken ob er angeht. Also bis jetzt, wie gesagt, in der Tüte drin gewesen, geht nicht an. Ich werde den auch noch mal im Garten, mit dem Garten zu meiner Mutter nehmen. Die hat eine Feuerschale. Und dann mal so ein bisschen Papier anzünden oder irgendwas. Und gucken, ob er da anspringt. Wenn er da natürlich auch nicht anspringt, hat er einen Defekt. Aber das glaube ich eher weniger. Ich bin mal gespannt. Also ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das werde ich vielleicht auch mit Handy fotografieren. Weil da nehme ich nicht die teure Kamera mit im Garten. Wenn die Hunde Babys da rumrennen und Kinder und haste nicht gesehen. Da werde ich das Ding so mitnehmen. Und mit Handy dann filmen. Und dann kommt ja nochmal ein separates Video. Aber bis jetzt sollte es erstmal gewesen sein. Wir haben eigentlich, so wie es aussieht, einen Feuermelder gefunden. Für einen erschwinglichen Preis. Ich werde ihn euch verlinken. Den ihr dann im Verbund benutzen könnt. Also mit anderen Pärren könnt. Aber das Wichtigste halt. Er springt bei Dampfen nicht an. Also das ist ja geil. Den werden wir auf jeden Fall jetzt erstmal an den PC Tisch packen. Und dann gucken wir uns den mal an. Ob er jetzt die nächste Zeit irgendwann mal anspringt. Würde ich sagen. Also wenn es laut im Stream wird. Dann springt er doch an. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Das sagt euer Orin. MÖRIN Vielen Dank.